Agilent Technologies steht für Hightech, für Laborexpertise und für Internationalität. Hier versuchen wir Software-Ingenieure mit dem Fokus auf Engineering und Automatisierung von Produktionstests zur Unterstützung unseres Software-Teams im Bereich Produktion. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Geräte erfolgreich getestet werden. Dass die Tests eigentlich für sich allein laufen. Wir müssen auch Systeme drumherum verwalten, entwickeln. Neue Ideen reinbringen. Vorschläge bezüglich der Architektur und der Konzeption geben. Dass wir manchmal auch mal an die Hardware ran müssen, manchmal eine Maschine anbinden. Wir arbeiten aber auch mit der Qualitätssicherung. Mit vielen Abteilungen zusammen, das heißt eben von der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Leuten. Wir verkaufen unsere Geräte weltweit. Da gibt es dann die Möglichkeit, auch neue Kollegen aus anderen Ländern kennenzulernen. Wir mögen Brettspiele. Ja, geht mal auch mal ein Bierchen zusammen trinken, klar. Wenn Dir unser abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld zusagt, dann bewirb Dich bei uns und werd Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf Dich. Die Generation. Wir freuen uns auf Dich. Wenn ihr euch damit. Wir freuen uns auf Dich. Ich bin euch da. Wir freuen uns auf Dich. Dich. Untertitelung des ZDF, 2020